Für mich als Sportlerin ist natürlich eine gesunde Ernährung sehr wichtig. Davon hängt natürlich auch ab, wie gut man sich erholen kann, wie man Muskeln aufbauen kann, wie viele Eiweiße ich zu mir nehme. Aber auch unabhängig vom Sport habe ich schon früh gemerkt, dass mir gesundes Essen auch einfach besser schmeckt. Für mich persönlich ist es einfach lecker und ich persönlich lebe auch einfach besser damit, wenn ich weiß, dass für mich keine Tiere sterben mussten und auch, dass ich über vegane Ernährung, vegetarische Ernährung einen Beitrag für ein besseres Klima leisten kann. Für mich als Leistungssportlerin sind gerade die Proteingehalte entscheidend, das heißt der Eiweißgehalt. Und gerade da sind zum Beispiel Produkte von Planted gut. Planted ist eine super Unterstützung für alle Leute, die sich auf vegane Ernährung umstellen wollen und zum anderen schmecken sie auch einfach gut.